Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man solche Granitsteine verlegen und somit auch eine Mähkante bzw. Rasenkante aus Naturstein richtig in Beton setzen kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall möchte ich eine Abgrenzung zum Rasen aus zwei Reihen Granitsteinen herstellen. Das Ganze funktioniert übrigens natürlich auch bei größeren Steinen relativ ähnlich und zuerst einmal müssen wir uns einen Graben dementsprechend graben. In meinem Fall verwende ich einen normalen Spaten. Hierfür werde ich das Ganze einfach einen Ticken breiter machen, als meine zwei Reihen später sind. Und von der Tiefe her gehe ich jetzt 9 cm von den Granitsteinen plus 5 cm Beton darunter. Und darunter möchte ich nochmal ca. 10 cm Frostschutzschotter haben, dass mir einfach im Winter das Wasser unter dem Beton ordentlich ablaufen kann und da im schlimmsten Fall natürlich auch nichts aufplatzen kann. Für den richtigen Verlauf von dem Graben kann ich mir entweder mal eine Reihe Granitsteine direkt daneben hinlegen, wo der Graben auch hinkommt. Das ist natürlich super, wenn wir irgendwelche geschwungenen Linien später haben möchten. Oder ich kann natürlich auch schon mal grob eine Richtschnur, wie in einem extra Video gezeigt, spannen. Natürlich ist es auch möglich, wenn wir uns einfach am Boden mit einer Farbe mal das Ganze markieren. Der Graben ist ca. 25 cm Tief, so wie ich es haben möchte. Und als nächstes sollten wir am besten mal noch mit einem speziellen Handstampfer da durchgehen, dass unsere Erde darunter einfach gut verdichtet ist und sich über die Jahre natürlich auch nicht setzen kann. Im Notfall könnten wir auch einfach einen Pflasterstein zur Hand nehmen und hier unten ein paar Mal reinhauen. Im nächsten Schritt gebe ich meinen Frostschutzschotter in den Graben hinein und verteile meine Schicht am besten mal mit einer einfachen Kelle, dass diese überall ungefähr gleich hoch ist. Und kann dann auch z.B. eine Wasserwaage über das Loch drüber geben und mal mit einem Meterstab regelmäßig nachkontrollieren, ob ich auf meiner gewünschten Höhe von ca. 14 cm bin. Bei einer Rasen-Neuanzeit empfehle ich dir übrigens, dass du nicht genau bündig zum Rasen die Granilesteine setzt, sondern noch einmal ca. 2 cm höher. Das hat einfach den Sinn, dass der Rasen natürlich über die Zeit auch ordentlich Wurzeln bildet und sich der Rasen dank den Wurzeln auch über die Jahre noch etwas nach oben hebt. Wenn unsere Höhe überall grob passt, sollten wir am besten noch einmal mit einem Handstampfer mit Gefühl hier durchgehen, dass das Ganze einfach nochmal gerader wird. Und wir können unseren Beton auch schon richtig anmischen. Ich verwende hier für ganz normalen Beton-Estrichen 40 Kilo-Säcken und schaue, dass das Ganze am Ende erdfeucht ist. Bedeutet, es sollte einfach nicht zu fest, aber natürlich auch nicht zu flüssig sein, dass meine Granilsteine später beim Setzen nicht sofort nach unten absacken können. Die Konsistenz schaut super aus, weswegen ich den Beton auch schon in mein Loch hineingebe. Und danach mit der Kelle wieder ordentlich verteile und natürlich regelmäßig mit der Wasserwaage und meinem Meterstab nachkontrolliere, dass ich in meinem Fall überall die 7 cm habe. Jetzt ist ein super Zeitpunkt, sich zu überlegen, wie genau wir unsere Granilsteine eigentlich verlegen möchten, da diese einfach nie gleich groß sind und vor allem auch von der Form her natürlich immer unterschiedlich sind. Bedeutet, bei zwei solchen Reihen haben wir eigentlich nur drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir schauen, dass wir hier vorne relativ gerade verlaufen, dann sind natürlich unsere Fugen hier etwas wilder oder wir schauen, dass wir in der Mitte eine relativ gerade Linie durchziehen oder natürlich auch hier auf der Rückseite. Das geht wie gesagt auch super, wenn wir gerade Strecken haben mit einer Richtschnur, dann sollten wir uns diese auf jeden Fall spannen. Und wir sollten natürlich auch schauen, wie groß unsere Fugen in etwa sind. Ich finde, ein Zentimeter schaut relativ gut aus. Das ist jedoch auch jedem selber überlassen. Und wir können uns natürlich auch die Steine hindrehen, wie wir sie haben möchten. Wenn das geklärt ist, benötigen wir mal einen Hammer. Ich verwende hierfür einen speziellen Pflasterhammer. Der hat einfach den Vorteil, der ist relativ schwer und wir haben hier auf der Rückseite noch so eine Art Kelle. Bedeutet, ich kann mir hier auch jederzeit meinen Beton wieder etwas mehr hinlegen oder natürlich auch etwas wegziehen. Und dann geht es einfach darum, dass wir unsere Steine mal hier etwas in den Beton hineinklopfen. Und das können wir jetzt natürlich dementsprechend auch mit den anderen Steinen immer so weitermachen, und so, dass es optisch auch einfach schön ausschaut. Im Moment liegen unsere Steine eigentlich nur auf dem Beton auf, beziehungsweise ich habe sie ganz leicht in diesen hineingeklopft. Und jetzt geht es mal noch darum, dass wir natürlich etwas für Stabilität sorgen, dass uns die Granitsteine nicht auch abhauen können. Bei so kleinen Varianten ist es jetzt nicht wirklich schlimm. Jedoch bei größeren Granitsteinen müssen wir unbedingt darauf achten, dass wir eine sogenannte Rückenstütze aufbauen. Das Ganze soll circa zwei Drittel von unserer Steinhöhe betragen und ist einfach so eine Schräge, die von außen unsere Granitsteine noch einmal etwas besser hält. Hierfür können wir unseren Beton außen auch gerne mit einer Gießkanne noch etwas feuchter machen und danach mit der Kelle die Rückenstütze auch schon richtig aufbauen. Auf der B-Seite stört uns der viele Beton nicht, wenn du jedoch auf der Rasenseite das Ganze machst, würde ich dir empfehlen, dass du hier natürlich auch nicht zu viel Beton verwendest, da sonst der Rasen auch noch mal deutlich schlechter wachsen kann. Zum Herschneiden von solchen Granitsteinen verwendet man am besten einen Winkelschleifer mit einer speziellen Trennscheibe für Steine. Doch das zeige ich auch noch mal detailliert in meinem Video, wie man Randsteine richtig herschneidet. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir mal den Beton für circa 24 Stunden ruhen lassen. Dann sollte er auch schon relativ gut angezogen haben und dann zeige ich in einem extra Video auch schon, wie man die Granitsteine richtig verfugen kann. Und somit haben wir solche Granitsteine jetzt auch schon richtig verlegt. Wenn du dir für zu Hause jetzt eine Richtschnur, eine Wasserwaage oder auch so einen speziellen Pflasterhammer zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst sicher zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.